Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu Trials Fusion. So, wir haben hier eine User erstellte Map, eine schwere, die haben wir noch nicht gemacht. Oh, Avatar, drei Fehler, Koppel, XI, elf Fehler, joa. Mal gucken, vielleicht kriege ich es ja hin. Aber ich glaube, das ist ja die eine blöde. Ich weiß es gar nicht. Wenn es die blöde ist, dann will ich gleich nicht mehr. Hm, muss ich mal gucken. Muss ich mir ansehen, ob das die ist oder nicht. Ne, das ist eine andere. Ihh, um mich fliegen, fliegen rum. Um mich fliegen, fliegen, fliegen. Scheiße. Was soll denn der Scheiß hier? Alter. Oh, was war denn das jetzt für eine Gurke? Da muss man sich sicherlich hochningern. Nur erst mal hoch genug sein. Für das Hochgeninjere. Nein. Hör, komm doch. Hör, hake dich ein. Fuck. Huch. So geht's nicht. Aber so auch nicht. Hui. Schöne Drehung. Dat war nix. Dat war ein Schatz mit X. Dat war wohl nix. Aber ganz gewaltig nix. Alter. Wenn der Staat hier schon so kacke ist, dann kann es ja nur kacke weitergehen. Für mich zumindest. Oh, bleib dran. Bleib dran. Oh, fast. Oh, dann fliege ich hier zu weit weg. Bleibst du doch mal in der Nähe. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Muschtest denn schein? Was hier? Was ich hier jedes Mal so wegfliege? Oh, mit dem Hinterrad. Mensch. Oh, was mach ich denn hier? So, nach vorne gelehnt bleiben. Huch. Im richtigen Moment zurücklehnen. Ach komm doch. Das gibt's doch nicht. Und ich hab hier schon wieder eine Scheißdrecksfliege hier. Also auch in real. Nicht nur beim Start. Ne? Deswegen nervt mich die jetzt ein bisschen. Das stört meine Konzentration natürlich wieder ungemein. Da bin ich echt schlimm drin. Alter. Was mich alles ablenken kann bei dem Spiel. Oh, dann hakt er nicht richtig. Da muss man aber auch irgendwie so hochkommen, so wie es aussieht. Nope. So nicht. So. Oh. Sieht zumindest gewaltig dann auch aus, weil der... Der Zoo schnell irgendwie bei den Zweien hier klappt. Dass ich da eigentlich kaum mit dem Kuckenbein rumkomme. So. Ich bin drüber. Erste Stelle gemeistert. Oh. 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 Oh nö. Oh. Oh. Ist das fies. So. Ich hab ja schon drei Fehler auf der Uhr. Alter. Wie soll ich denn das hinbekommen? Oh. 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 Komm schon hinter Rat. Ne. Das will mich nicht. Das... 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 Das nervt mich grad ein bisschen. Oh. Oh. Wieder so ne Scheißstelle hier. Wo ich wieder Ewigkeiten brauch, bis ich drüber komm. Also heut bleibt's bei der einen schweren Strecke. Bin ich mal ganz hart der Meinung. Weil ich hab ja jetzt schon wieder vier Minuten verplempert. So. Nein. Ich war doch so gut wie oben. Ich war doch so gut wie oben. Uh. Hab ich auf einmal noch mal so einen Schwung nach vorn bekommen. Nur weil ich mit dem Hinterrad im richtigen Moment aufgetitscht bin. Alter. Wieso lehn ich mich nie vor vorne? Ne. Was mach ich denn hier? Ja. Es kommt doch. Es kann doch nicht. Es ist doch schon nicht mehr lustig hier. Aber... Ich... Gut. Lustig find ich's trotzdem noch. Ist ja Trials Fusion. Da muss man sowas lustig finden. Das Geflackere hier. Das hab ich ja in der letzten Aufnahme schon gehabt. Jetzt hab ich das immer noch. Alter. Uh. Da war ich ein bisschen verpeilt mit dem Weg hier. Boah. Das sind keine Bomben fester. Boah. Boah. Hier geht ein Tor auf. Oh nö. Oh nö. Was soll der Käse? Nur weil ich hier den Scheiß nicht stehe. Oder nicht hier schnell genug rumkommen. Werd ich hier angekackt. So. Boah. Was soll denn der Käse? Wie soll ich denn das Rohr hier hochkraxeln? Ja. So zum Beispiel. Huch. Da sollte ich vielleicht nur mit dem Hinterrad aufkommen. Wär vielleicht ein Stück schlauer. Ah. Mit dem wenig Speedy wird das nix. Na. Komm. Oh. Dann überdreh ich hier. Oh. Ich hab's noch einmal so schön fast hinbekommen. Ah. Wieder nicht. Wieder nicht. Oh. Nö. 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 Jetzt aber. Huh. Huch. Ah. Slow down. Ich mach's lieber mit Speedy. Ich versuch's zumindest mit Speedy. Hm. So. Aber. Da ist langsam wirklich besser. Angesagt. Oh. Ich wär eh nach vorne gekippt. Oh. Ganz vorsichtig hier hoch. Mann. Und dann ist hier so ein scheiß Absatz. Nein. Nein. Bleib doch hier dran mit deinem Hinterrad. Bleib doch dran mit deinem Hinterrad. Oh. Wieder nicht. Nein. Was mach ich denn? Scheiße. Nein. Nicht zurück. Rückwärts ist keine Option mein Junge. Aber absolut keine. Ja. So. Ich muss doch eigentlich eh schon fast durch sein mit der Strecke. Aber nur fast. So. Komm doch. Eh 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 eh. Oh. Menno. Oh. Ruhig durchatmen. Oh. Nein. Oh. Es fand ich natürlich nicht mehr ab. So. Oh. Menno. Menno. Ich hasse das so dermaßen, wenn das Hinterrad abhebt. So dermaßen. Ich kann es euch gar nicht erzählen, wie sehr mich das nervt. Ach. Ich wär wahnsinnig. Merkt mal was. Merkt mal des. Merkt mal des, dass ich hier grad wahnsinnig werd. Nein. Nein. Nicht zurück. So. Oh. Nicht kippen. Menno. Wenn er in die eine Seite kippt, dann ist es vorbei. Da ist die Seite fast Wurst, in die er kippt. Sobald er kippt, ist er vorbei. Dann kann man so ne Steigung schon mal elendlich vergessen. Ich hab sonst auch keine solchen Schwierigkeiten mit so ner Steigung. Zumindest solchen langen, anhaltenden, auf demselben Ding. Und die Fliege nervt mich zu Tode. Verpess dich. Ich kann dich hier nicht gebrauchen. Ohne Witz. Ja. Nicht nur mein Fahrer wird hier stinken verfolgt, sondern ich auch. Aber ich würd nicht stinken. Bin eigentlich frisch geduscht und sonst scheiß. Aber irgendwie sieht's die Fliege anders. So. Ich bin hier. Oben. Ohne. Bin ich endlich mal ganz oben, dann mach ich einfach nur scheiße. Weil ich oben bin, mach ich nur scheiße. Bleib doch stehen, Junge. Ja, und zurück die ganze Scheiße. Weil's so schön geil ist. Juhu. 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 Göh. Juhu. 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 So, nochmal. Alles mit der Ruhe. Oder auch nicht. Ich könnte kotzen. Ohne Scheiß. Hast du eine User erstellt im Map und kriegst die einfach nicht gebacken. Das kann doch auch nicht sein. Ja, jetzt bin ich oben. Die erste Ebene zumindest. Ist die zweite Ebene schräger oder... Nein, nein, nein. Nein, wir bleiben hier dran. So, brav. Geht doch. Kann ja auch nicht wahr sein. Nein, nein, nein. Fucking. Mach ihn hier. Alter. Ei, 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 ei. Habe ich lauter nur so kleine Plattformen? Mit dem muss man erst mal zurechtkommen. Recht kommen. Häää. Da geht mir der Schwung aus. Den ich irgendwann mal hatte. Den ich irgendwann mal hatte. Also, vor grauer Vorzeit hatte ich mal Schwung. Und dann ging das Schwung um Pep. Also, den Guardiola, ne? Ja. Oh, nö. No. Oh, nö, nö. Er hat so gut ausgesehen. So gut hat's ausgesehen. Und dann scheitere ich nochmal so. Nein. Ah, dann überdreht er hier. Das war klar. Das war so klar. Nöp. Ups. Da wollte ich beinahe eine Plattform irgendwie auslassen. Oh, oh, oh. Ja, Schwung hier auf. Ah. Fuck. Fuck, 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 fuck. Zurück. Eh. Noch ein Stück. So. Geht noch ein Stück. Nein. Oh, Meno. Oh. Komm. Oh, dann kriege ich das Vorderrad nicht mehr hoch. Aber ich wäre besser hier gerade. Man merkt's. Die Chance wird größer. Ich spiele hier schon mit der Brunge. Ja. Komm. Oh, Endi. Nein. Oh, nö. Was ist denn neu? Oh. Ich will diese Strecke hier heute schaffen. Es kann doch nicht wahr sein. Die hat beschissen angefangen und die wird beschissen enden. Diese Strecke. Oh. Eh. Hopp. Und mit dem Kopf irgendwo ran. Nope. So, wird da nix. Oh, nee. Ich muss mich hier nochmal umjustieren. So. Und dann hoffentlich geht das. Nö. Nö. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wo denke ich denn hin? So. Jetzt endlich. Geht doch. Och, nö. Was ist denn das für eine Stelle? Da muss man hier schon mit Schwung ran. Oh. Die Lampe sollte ich, glaube ich, glaube ich nicht zerstören. Okay. Na, nee. So geht's nicht. Aber so. Oh. 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 Oh nö. Oh nö. Was soll denn der Scheiß? Ich verstehe die Kante hier schon mal nicht. Huch. Oh. Oh, nee. Oh. Fuck. Fuki. So. Hui. Oh. Nee, 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 nee. Oh. Zum Glück kann ich hier unten auch lang. So, wann kriege ich denn mal wieder einen Checkpoint? Höh. W-w-w-w-wat? Nee, oder? Was soll der fuck denn? Alter, da komme ich hier nochmal gegen die Scheißlampe. Weil es lustig ist. Und mir das einfach mal Spaß macht, dass ich hier gegen die Lampe titsche. Ja, okay. Oh, ich wollte oben lang. Mensch. Ich wollte euch den... Hä? Ich habe die Lampe doch gar nicht berührt gehabt. Wie, wie, wieso ist die kaputt gegangen? Wieso? Wieso? Ich war doch eh so sanft zu der Scheißlampe. Mann, das arme Ding. Ich wollte sie nicht zerstören. So, ich hätte gern ein bisschen Grip. Gleich, ja. Ist klar, wenn ich hier von der Decke paumel. Oh, dann hänge ich hier schon wieder so behindert rum. Da war, da bin ich oben. Da bin ich auch oben. Ja, und ich bin drüber. Und ich bin durch. Durch ist er. So, mit diesem erfreulichen Ergebnis, dass ich diese Strecke doch noch geschafft habe, gebe ich zurück an den Rest der YouTuber-Gemeinschaft. Ciao, ciao. Und bis morgen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.